ARD Text im Auftrag von Funk Wie vorhin schon anscheinend die das vergnügen am strawberry shop Oder keine Ahnung vor was zu redest alter Ja typ war nicht dabei Keine Ahnung ist mir auch egal Ich sehe nur die Klamotten so alle grau so das waren auch so komische Was heißen hier komische Digga Ja vielleicht weiß ich nicht Wenn ihr das nicht wart dann waren das andere grauen die eure Farben tragen Auf jeden Fall ist es so angekommen dass ihr die Faxen schiebt Klar weil wir voll das Fahrzeugarsenal im Koffer rum haben Ich kann meine Taschen Boah Taschen sind so genährt ich hasse es Also ist keiner von euch hier da der das sagen hat Natürlich bin ich da Ja jetzt hast du da Ich hab das sagen ja Jetzt auf einmal bist du da ok wo warst du gerade Ja kurz in Gedanken kurz mal nachdenken 2-3 Minuten Ok Bro Ja aber kannst du mein Bruder mal nicht so auf die Pelle rücken Und da kannst du mit mir nicht so auf die Pelle rücken Seid sehr auf Stress aus oder was was ist denn los mit euch Wir haben alle nicht mal ein Fahrzeug und ihr macht übelst die Welle Und schiebt mal nicht Welle und so Was ist denn los Deine letzten Worte waren wir sehen uns wieder Wir sehen uns wieder ja dann lass uns das noch später klären Ja jetzt sehen wir uns wieder Warte mal 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 Chill 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 Nein weißt du was das Ding ist Weißt du was das Ding ist Er hier erzählt mir Keiner auch eine Ruhe von der redest Der sagt mir Die letzten Worte waren dass wir uns wiedersehen Was ist denn los Warte jetzt oder warte jetzt nicht Äh steht jeder redet auch für sich selbst oder nicht Achso seid ihr keine Gruppierung Also ich hab ich weiß nicht ob du es warst Aber ich hab auf jeden Fall ein paar von euch auf die Fresse gehauen Dann hab ich selber gesehen Ja ist das so Ja richtig Ja mit Sicherheit Bruder Aber ich weiß nicht was Das klären wir später Das klären wir später Was klären wir später Was sagst du oder Was sagst du oder Was sagst du oder Ey dicker ihr Ich bin dir nicht einfach mal schön Alter Was ist denn los Weißt du was das Ding ist Wir haben nicht mal Fahrzeuge Nichts quasi Was haben Fahrzeuge damit zu tun Bruder Was haben Fahrzeuge damit zu tun Dass ihr Messer zieht beim Boxkampf Was 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 für Messer ziehen Wir haben Messer gezogen Alter ihr habt ihr Messer gezogen Ja ha jetzt kommt die Leier wieder Bruder Irgendjieb von euch hat dabei der Schläger ein Messer gezogen Haben wir auch Messer gezogen Ihr seid Faker Bruder Deine Mutter ist Fake Ja du bist Fake Was hast du gegen meine Mutter Alter Was meine Mutter Komm mal kurz Oh man chillt doch jetzt einfach mal Oh ey das macht doch keinen Sinn Alter ohne Witz Stech die ab zu meiner Mutter Komm lass Deine Mama hat sie mir glaube ich keinen Respekt mitgemacht Das kriegst du's Ey bleibt mal hier Lach nochmal Stech die deine Mutter Ich werd mir doch schon 10 Dollar Hörst du nicht mal ihr Blattspruch kennen die Motherfucker Junge ihr wollt irgendwas mit Ferien Was Was Geh mal hin Ja erzähl mal nach Kollege An alle 10 Ich frag grad was hast du vorher gesagt Was hast du gesagt Was für Motherfucker Was hast du gegen meine Mama gesagt Na chill doch jetzt erstmal man Warum fang ich und werf mir das vergessen Ich frag die Arme Da können wir ne Schlägerei machen Wow Wir facken nicht ab Digga Wir können ne Schlägerei machen mit ner fairen Anzahlkunden Alles klar Alles klar ey Kommt hier wieder hin wo wir hier ein bisschen chillen und packen Und macht wieder Ansagen oder was Was ist denn los mit euch Wenn ihr chillen wollt und so dann macht doch keine Ansagen Was ist denn los mit euch Was für Ansagen Digga wer von euch Was für Ansagen du hast meine Mama vielleicht Ja klar Ihr seid doch jetzt gerade gekommen man Ihr seid doch so insgekommen oder nicht Oh neun Leute Digga wo siehst du neun Leute Digga wenn du dich boxen willst mit neun Leuten gegen sechs Leute alter wo ist das fair bitte Neuner Neuner Zehner Ihr seid neun zieh mal nach die blauen Affen hören auch zu euch Ja Ja halt so Ja halt so Warum seid ihr jetzt Warum seid ihr jetzt dazu gekommen Verpisst euch alle die nicht hier grau sind verpissten sich jetzt mal Ja Digga Ja bist du der Zipp hin willst du mach mal nen Abflug Junge Geh der zu euch oder wie schaut der aus Naja so insgehörter nicht ne Mach mal nen Abflug Digga Ja ich dachte der ist ein Runner oder sowas Hehehe Was für ein Kollege denn jetzt Ja keine Ahnung mach mal nen Abflug jetzt von hier Junge Ja komm mach jetzt Da habt ihr noch nen Äpfchen stehen da habt ihr noch drei andere Zwei andere Ja dann schickt sie doch weg Guck mal guck mal jetzt ist 5 gegen 5 Dann schickt die doch weg Guck mal wenn wir gleich ein Stück rein fahren kommen diese Affen dahinten und dann kommt der da Wir gehen ab dahinten Wir gehen ab dahinten Wir gucken voll der andere Seite zu Wir gucken voll der andere Seite zu Jetzt ist ein anderes Ding Digga was hast du gegen meine Mama Ich mach nichts Warum kriegst du auf meine Mama Was hier schnell mit einem einfach kommt Jiji Wenn ihr direkt abfucken kommt Der kann nicht abfucken Digga Ne natürlich nicht Deswegen kommt ihr zum Strubbery Shop Macht einen auf dicke Hose Kommt hier hin wo wir hier ein bisschen chillen Macht auf dicke Hose Was ist denn los mit euch Das ist mit der dicken Hose Das fing alles an Weil ich da nicht so eine Spast hier direkt sticheln wollte Der hat euch aufgestichelt Der hat uns aufgestichelt Ne das Ding ist Ihr kommt zu uns Und sagt irgendwie Ey ihr Fake Bloods Ihr weisten Digga was ist denn falsch mit euch Ihr weisten Der Einzige der das alles aufgestichelt hat Weil der Typ mit dem scheiß schwarzen Bandana Ja Ich komm wieder schwarz Jetzt kommen die Korps auch schon wieder Was wollen die denn hier die ganze Zeit man Da ist doch gar nichts passiert man Ja Verpisst euch jetzt Digga Guck mal der fällt direkt aus dem Auto Weil er so schlecht ist Dafür haben wir ihn auszusteigen Ja Was ist denn los mit dem Wehrschaften Was ist denn hier los Ja wir unterhalten uns Wir besprechen uns Ich hab gerade gehört Verpisst dich Was ist denn hier los Ich will doch nichts Was ist denn hier los Die Zuschauer hier rechts Hinter ihnen Alter ich verstehe hier gar nichts Wenn sie alle dazwischen reden Ja es geht sich darum Dass die Zuschauer hier stehen Die blauen Menschen da hinten Mhm Was ist damit Die stehen hier die ganze Zeit rum Nur weil wir ein bisschen miteinander reden Kommen die direkt und denken Auf dicke Hose zu machen Und so Keine Ahnung Auf dicke Hose Wie meint sie das denn Wie bitte Wie meint sie das denn Bro Du hast gehört was gesagt Die Leute hat gesagt Verpisst dich Ja das hab ich gehört Verpisst dich weil wir uns unterhalten wollen Wollen wir sie privat unterhalten Und da wollen wir Und dann hieß es dass sie auch schon wieder hier rumfahren Also Ja aber die können ja überall stehen wie die wollen Ja hier ist ja auch kein Problem Ja aber die brauchen nicht direkt neben uns stehen Und einfach zuhören Wie irgendwas Keine Ahnung was Officer hier ist ja auch kein Problem Hier ist ja auch alles in Ordnung Wir wollen auch hier keinen Stress machen Na Hatte Schmerzen Ja Also ganz normales Gespräch will ich auch Ganz normales Gespräch Ganz normales Gespräch Sie können wir in ihr Auto steigen Ihr Kaffee trinken Und weiter fahren Ein bisschen Donuts Da gibt's auf jeden Fall Die sagen schonmal nicht was ich machen muss Ich kann auch einfach hier schläfen Aber das halten sie nachvoll Das hat sie auch machen Das war nur eine Ansage Wir haben nur gesagt was sie machen können Das war keine Ansage Ich hab einfach nur gesagt was sie machen können Warum holen sie die Verstärkung 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 Ich würde mal ihre Bandanas und Mundtücher abnehmen Hier ist nichts los Hier ist nichts los Das ist gut Herr Officer alles easy wir sind nur am Rennen Wir wollen gar kein Beef Jo Jo dann zieh mal deine Bandana ab Jo hier ist doch nichts los Alle Mann bitte die Bandana ab Hier der Herr der hat eine Vollmaskierung Der andere Herr auch Sonst nehmen wir euch jetzt direkt alle mit So Können sie mich nicht mal wegschieben Mann So Ich zähl bis 3 Wenn die Vollmaskierung nicht ab ist Der Herr kommt mit Ist doch raff Ist doch raff die Vollmaskierung So Bandana auch Bandana ist ne Möglichkeit Das wir das abziehen Darf ich ja mal an Überhalten hier Was sind da los Aber kein Problem zähl mal ab Dankeschön So Also ihr wollt hier ganz normal weg Ganz normal weg Wir wollen miteinander sprechen Über was wollt ihr denn hier reden Wollt ihr jetzt mit quatschen Oder können wir ohne euch reden Ich geht das ja gar nix an Was ihr jetzt hier reden wollt Genau Ja warum kommen die denn her Ja warum nicht Hä Ja guck mal her Das macht doch gar keinen Sinn Ja guck mal her Wir haben jetzt hier grau und rot Wollen hier reden Und schwarz auch Und blau Und blau Der hat die Maske aus Kollegen Einmal ich soll man mit denen Ich glaub der ist nach Wenn der die Maske nicht ausnimmt Dreht mit Wir dürfen nur hier reden Und Herr Officer ist doch ein öffentlicher Ort Ja Ja klar Ihre Aussage Ja also Natürlich ist das Problem So viel auf einen Haufen Ja aber Das ist ja ganz normal Wir laufen halt ein bisschen zusammen rum Das sind halt ein paar Kollegen Wir haben sie noch nie gesehen Aber Das ist ein richtiger Held Chill 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 Ja wie in Farbe Das schwarz ist auch ne Farbe Pink ist auch ne Farbe Mit der Helm Das ist eine farbe gekleidung Wir sind Menschen Homie Wir sind Menschen Alle Menschen Danke Endlich Ich hab das recht gecheckt Was mein Kollege meint Ja es geht nicht darum Das sie nicht Ja Bruder du brauchst nichts erläutern Aber wir dürfen hier reden Was ist euer Problem Digga Ja passen sie auf Ich versuch's ihnen noch gerade zu erklären Und ich bin nicht sicher Was sollen denn machen ohne Autos Ich glaub ist ein Digga Ist doch noch gar keiner da Ist doch noch gar keiner da Wie die Zone sagt Ist noch nicht Wir waren schon da Genauso wie die Aktion Die Spätis Die haben ja ihre Fahrzeuge nicht mal Die können gar nicht liefern Keine Ahnung Haltet Leute an die gebraucht werden Digga Stört uns noch nicht bei unserem Gespräch Ey Joke Ich versuch dir gerade zu erklären Was mein Kollege meinte Joke Halt Schmaul Alter wie redest du dich Junge wie redest du dich Ich übertreib dich Ich übertreib dich Was ist das denn jetzt mal Was bist du für ein krasser Cop Digga Du bist weg nochmal Du hättest den Job verstanden Ich versuch dir was zu erklären Guck mal sag mal so Wir können dich jetzt alle umkreisen Du bist alleine Dein Kollege steht da vorne Du bist deine Kollegen Bei uns stehen Digga Glaub mir Du liegst lange Ich liege lange Ja mit Sicherheit Okay Jungs Komm wir ziehen ab Erstmal durchziehen Digga Easy Ja will man sich mal unterhalten Alter Ja direkt Ja 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 komm wir gehen ein bisschen weiter Gibt es jetzt immer noch ein Problem? Ne Ich fahrzeih rein Alles klar ist mir auch scheiße geholen F**k die Polizei Peace.